Es geht los, es geht jetzt los, ihr Lieben. Wir haben etwas ganz besonders Großes vor und jetzt mit diesem Video beginnt das. Unser Kanal Smarana Live ändert sich in Smarana Messenger. Ihr wisst schon, Messenger heißt Botschaften, Botschaften überbringen. Und er richtet sich an alle Menschen, an alle Lichtmenschen, an alle Herzensmenschen, die eine Botschaft haben, aber keine Möglichkeit haben, die zu posten oder die noch nicht so sehr gesehen werden. Denn wir geben euch die Möglichkeit, euch hier bei uns zu zeigen. Wir geben euch eine Stimme. Wenn du also Smarana Messenger werden möchtest, darfst du dich hier über den Link, der unter dem Video steht, bei uns anmelden. Und dann werden wir zusammenarbeiten. Denn wir werden deine Videos posten oder wir werden dein Audio in ein Video umwandeln und auch hier posten. Und so ergibt sich eine ganz große Vielfalt an wichtigen Botschaften, an Übungen vielleicht, an Erzählungen. Ich bin so gespannt, was alles hier sich jetzt treffen wird bei uns auf dem Kanal. Denn wir sind ja im Auftrag des Lichtes hier auf der Erde und möchten wirklich alle Menschen unterstützen. Und so haben wir uns vorgestellt, dass wir dir eine Stimme geben, wenn du es möchtest. Und ihr könnt euch schon freuen. Es wird so interessant werden. Denn jeder Mensch, der jetzt hier bei uns postet, bringt eine ganz besondere Botschaft mit, allein durch sein Sein. Und ihr Lieben, ihr könnt dann auch unter den Videos, die wir hier posten werden, immer drunter schauen. Dort stehen die Kontaktdaten zu den Menschen, die hier auf Smarana Messenger ihre Botschaft für euch posten. Und ihr könnt also auch mit diesen Menschen dann Kontakt aufnehmen. Und auch werden wir die Menschen, die hier einen kleinen Kanal haben, die dürfen sich auch bei uns melden. Auch die werden wir unterstützen. Also wir haben uns geöffnet für das Licht, für alle, für eine gute Gemeinschaft im Licht. Und ich freue mich richtig drauf. Und vor allen Dingen freue ich mich auch drauf, was ihr dazu sagt. Und wer noch gerne dabei sein möchte, darf sich natürlich anmelden. Überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt könnt ihr schon gespannt sein auf das nächste Video. Eine Herzensumarmung. Bis bald.